Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Pandas. Heute mit den Series. Ein bisschen mehr im Detail. Wir haben letztes Mal ja schon kennengelernt, dass eigentlich ein DataFrame aus Series besteht. Wir können die auslesen, indem wir hier einfach eine Abfrage wie bei einer Liste machen. Aber was genau ist eigentlich eine Series? Und natürlich kommen wir davon auch irgendwann wieder zurück zu den DataFrames, wenn es dann weitergeht. Ja, zunächst einmal, wie kann man eine Series erstellen? Nun, zunächst einmal müssen wir hier Pandas importieren. Sorry, das habe ich gerade vergessen. SPD. Und NumPy brauchen wir sogar auch. NumPy als NP. Okay, und wenn wir jetzt eine Series erstellen wollen, dann wissen wir schon, wir können eine Series namens S erstellen. Nehmen wir einfach Pandas.Series, tippen und hier die Daten reinpacken und den Index setzen. Wir sehen hier oben auch die Variablen, die wir haben. Data ist gleich Num. Der ist Voraussetzung. Wobei, eigentlich ist er nicht mal richtig Voraussetzung. Es geht auch tatsächlich so. Dann erstellen wir halt einfach eine leere Series. Sieht dann eben so aus. Also quasi hier ein leeres, eine leere Liste. Und der D-Type wird standardmäßig auf Float64 gesetzt. Wir sehen aber auch hier der Default Type. Also das ist tatsächlich eine Deprecation Warning, dass es veraltet ist. Was eine Deprecation Warning ist, das bedeutet, es wird in naher Zukunft wahrscheinlich ersetzt werden. Und das sehen wir hier, was hier passieren wird. Der Typ, also der Standardtyp wird demnächst auf Object gesetzt. Nicht mehr auf Float64. Dadurch können wir natürlich hier schon ein kleines bisschen Probleme bekommen. Aber im Normalfall werdet ihr so oder so Daten von Hand eingeben und dann werdet ihr sowieso den Typ von selber setzen. Das ist wirklich nur bei den leeren Series und eine kleine Nachricht für euch. Jetzt woraus, also aus welchen Daten können wir denn eigentlich die Series erstellen? Und mit welchem Index ist gleich Index können wir denn die Daten eigentlich hier reinfließen lassen? Nun, wie wir es schon gesehen haben, können wir hier Daten reinfließen lassen wie folgt. Also einmal hier eben mit dieser Serie hier, mit einer ganz normalen Liste. L ist gleich. Oder besser gesagt, Data ist gleich. Nun, wenn wir den Index weglassen, was passiert denn dann? Dann sieht das Ganze so aus, als hätten wir einfach halt hier den Standardindex genommen. Also 0, 1, 2, 3. Das ist, wie gesagt, das, was wir das letzte Mal schon gemacht haben. Hier sehen wir, ich habe den Namen auch noch gesetzt. Das ist ein weiterer optionaler Parameter. Der Name wurde hier auf, ups, auf Age gesetzt. Und ja, das sieht folgendermaßen aus. Das ist relativ langweilig. Name, Age, D-Type in 64. Ist jetzt nichts Spannendes, aber wir können hier natürlich auch den Index setzen. Wir lassen den Namen einfach mal drin. Und der Index, der beschreibt jetzt quasi, wie unsere Daten indexiert werden. Wer hätte es gedacht bei dem Namen, ne? Okay, also der Index, den würde ich vielleicht mal vorschlagen. Packen wir sogar auch in eine extra Variable rein. Index ist gleich. So, der Index sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen uns mal statt 1 oder 0, 1, 2, 3, nehmen wir uns mal A, B, C und natürlich D. Und ja, was das macht, ist, naja, es nimmt halt hier eine andere Indexierung. Wow, wie spannend. Ja, was heißt denn hier eigentlich Index? Nun, wir können jetzt auf diese einzelnen Werte zugreifen, indem ich hier, also, indem ich, sagen wir mal, von 1 mache. Was passiert? Ja, wir kriegen immer noch die 28 zurück. Also es ist immer noch quasi so behandelt, als wäre es eine ganz normale Liste. Wenn wir jetzt hier allerdings von, zum Beispiel, B machen, dann passiert das hier. Dann kriegen wir auch 28. Ich mache hier mal andere Namen rein, äh, oder andere Werte rein. 42, 1, 3, 3, 7 und, äh, 43. Ja, genau. Einfach irgendwelche Werte, damit wir sie unterscheiden können. Also, wir haben hier auf von B zugegriffen. Wir haben die Indizes A, B, C und D. Und natürlich kriegen wir 42 raus. Das heißt, wir kriegen den zweiten Wert, weil der zweite Index B ist. Es ist im Endeffekt, als hätten wir ein Dictionary da reingegeben. Und, naja, das ist tatsächlich auch etwas, was ihr tun könnt. Also, statt Data und Index separat reinzugeben, könnt ihr einfach ein, ein MyDict reingeben. Oder, äh, DataDict vielleicht. Nennen wir es DataDict, ist gleich. Und hier könnt ihr jetzt einfach sagen, wie ihr das Ganze haben wollt. Ähm, und, naja, wir sagen A ist im Endeffekt dargestellt auf 28, der erste Wert. Dann wäre B die 42 und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt dieses DataDict hier haben, dann können wir hier aus unserem DataDict einfach eine S2 erstellen. Eine Series 2 sozusagen. Und können das ja ganz einfach so machen, oder? Ja, richtig, können wir. Das heißt, wir packen hier einfach unser DataDict rein. Und, ähm, schauen mal, wie unser S2 eigentlich geprintet aussieht. Also, wir wissen jetzt, wie es normalerweise aussehen würde, wenn wir das hier haben. Ähm, und wenn wir hier tatsächlich das Ganze über ein Dictionary machen, sieht das exakt so aus. Das heißt, das hier vorne ist mein Index, das hier hinten dran ist mein Key. Als hätte ich quasi hier aus diesen beiden Listen tatsächlich direkt ein Dictionary gemacht. Das heißt, es ist im Endeffekt auch nichts anderes wie ein DataFrame mit tatsächlich nur einer einzigen Zeile. Ihr habt ja gesehen beim DataFrame hier, ich zeige das nochmal ganz kurz. Bei dem DataFrame haben wir hier auch 0123 als Indizes und 28, 28, 28, wenn wir hier auf H zugreifen. Das ist quasi genau dasselbe. Das ist wie ein einsames Mini-DataFrame, was eben nur aus einer Spalte besteht. Und ja, natürlich, ich habe auch schon gezeigt, wir brauchen die Indizes nicht. Und in den meisten Fällen werdet ihr mit Indizes nicht arbeiten. Das ist auch völlig okay. Okay, wir bauen uns jetzt hier mal ein S3. Ihr könnt aber natürlich auch mit Variablen aus NumPy arbeiten. Das ist ganz klar. Eine Series ist mehr oder weniger austauschbar mit NumPy. Dazu werden wir noch ein bisschen mehr machen. Und können wir generieren über pandas.series und hier dann einfach ein NumPy-Array reinstecken. NumPy.random.randon. Und wie groß wollen wir es machen? Sagen wir einfach mal 10 Einträge. Das geht natürlich genauso. Wenn wir nichts beim Index eingeben, dann sind die Indizes halt von 0 bis Ende durch. Und ja, wir sollten es vielleicht ausgeben, sonst haben wir hier keinen Vorteil davon. Wenn wir das erstellen, dann sieht das so aus. Ja, ist natürlich klar, dass hier dann das hier rauskommt. Also irgendwelche zufälligen Werte, Indizes von 0 bis 9. Okay, das heißt, wir haben drei Möglichkeiten eigentlich unsere Series zu erstellen. Und das kann man eigentlich auch auf das DataFrame schon mal sich merken. Wir können sie über Listen erstellen. Wir können freiwillig unseren Index hier zumachen. Wir können ja auch NumPy-Arrays aus Listen machen. Das geht ja genauso. Wir können Dictionaries benutzen und wir können natürlich NumPy-Arrays benutzen, quasi so hin und her zu tauschen. Selbstverständlich können wir hier auch immer den D-Type angeben. Ist auch optional. Und wir können jetzt hier ganz einfach hergehen und einen Int, ja, selbstverständlich einen NumPy Int 32 zum Beispiel zu nehmen. Das geht selbstverständlich und in dem Fall wäre das nicht ganz so sinnvoll. Und, naja, beziehungsweise Pandas ist hier so intelligent und sieht, ey, das macht gar keinen Sinn, das hier zu verwenden. Also switchen wir mal wieder zurück auf D-Type Float64, weil das hier einfach komplett Bullshit ist. Und ja, das passiert dann eben manchmal. Okay, was wir auch noch tun können, ist, wir können gerade, das habe ich vorhin vergessen, als wir hier das Data Dictionary hatten. Wenn wir ein Dictionary haben, können wir ja trotzdem Indizes angeben. Das geht. Im Endeffekt habt ihr hier eigentlich schon die Indizes, aber ihr könnt die Sortierung ändern. Und das ist manchmal ganz cool, wenn man das braucht und sieht dann so aus. Index ist gleich. Und jetzt sagen wir einfach mal, okay, wir hätten ganz gerne Index, Achtung, wir tauschen jetzt einfach mal hier bei denen, kopieren uns das und tauschen hier ein paar aus. Wir sagen hier einmal D, kommt, ups, ja, das war zu viel, D kommt hier rein, ups, und dann machen wir noch was, was man eigentlich nicht machen sollte. Und dann machen wir hier nämlich noch ein E rein. So, haben wir alles, wir haben alles, wir müssen hier noch ein Leerzeichen rausmachen und neu formatieren. So, was jetzt bei der Series 2 rauskommt, ist ein bisschen faszinierend. Also Series 1 und 3 haben sich ja nicht geändert, aber wir haben hier die Sortierung ja geändert. Wir haben gesagt, okay, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wir hätten ganz gerne die Reihenfolge A, B, D, E und C. Offensichtlich ist die Reihenfolge hier A, B, C, D und es gibt kein E. Okay, was jetzt passiert ist folgendes, ihr bekommt ein A, das hat sich ja nicht geändert, mit 28,0. Ihr bekommt übrigens, hier hat es auch den D-Type automatisch auf Float64 gesetzt, weil, ja, Standard eben. Nächster Schritt ist, ihr bekommt das B mit 42,0, das hat sich auch nicht geändert, hat sich ja auch alles gleich ergeben. Und dann bekommt ihr D auf 43 gesetzt. Das heißt, es nimmt das, was den Index D hat und setzt es weiter vorne. Das heißt, ihr könnt hier jederzeit mit euren Indizes quasi hin und her jonglieren. Das heißt, ihr könnt auch einfach die Reihenfolge in eurer Series ändern, wenn ihr zum Beispiel ein Dictionary habt, was für euch die Reihenfolge nicht so passend hat. Ihr könnt auch Indizes verwenden, die in eurem Dictionary nicht vorkommen, wie zum Beispiel E. Dann wird hier einfach ein NAN eingefügt und ja, C ist dann eben das, was übrig bleibt, nämlich die 1337. Natürlich kann ich jetzt hier auch mit einem D-Type ankommen und sagen, ich hätte ganz gerne NumPy.int, sagen wir N64 dazu. Und wir lassen das mal laufen. Und wir sehen, wir sehen, dass es nicht funktioniert hat. Was eigentlich nicht sein sollte. Aber gut, sei es drum. Wenn wir hier weitermachen, ich nehme jetzt einfach mal S3, okay? S3 ist ein ganz normales Series-Objekt. Ich kann hier fast alles ausführen, was ich auch bei einem NumPy-Array machen kann. Das bedeutet, Series sind quasi NumPy-Arrays. Ich kann damit arbeiten wie mit NumPy-Arrays. Ich kann zum Beispiel eben von Null machen. Dann kriege ich meinen ersten Wert. Wer hätte es gedacht? Ist klar. Das ist jetzt aber nichts Spezielles. Ich mache jetzt hier mal kurz die Prints raus, damit wir uns nicht verwirren. Und es ist nur noch das Print hier drin. Sehr schön. Okay. Also ich kann natürlich von Null machen. Das ist nichts Besonderes. Ich kann auch slicen. Ich kann zum Beispiel sagen von 1 bis 3. Das geht genauso. Dann bekomme ich meine Objekte von 1 bis 3. Also ihr seht es am Index hier. Klar, wir wissen nicht, was in dem Zufallszeug drin ist. Aber wir wissen, dass die Indizes bei Null anfangen und bis hoch zu Null. Und wenn wir jetzt hier slicen, die Indizes bleiben uns erhalten. Das heißt, die Dinger haben jetzt hier nicht 0 und 1, wie man es erwarten würde, sondern wir haben 1 und 2. Was heißt das? Kann ich jetzt hier von Null machen? Also nur mal so ein Beispiel. Wir würden ja im Endeffekt sagen, wir haben eine Liste von drei Werten zum Beispiel. Dann schmeißen wir den ersten Wert raus. Also die Indexierung wäre ja dann 0, 1 und 2. Und jetzt gehen wir her, schmeißen den ersten Wert raus und bekommen die Indexierung 1, 2. Wenn wir jetzt von Null zugreifen, was erwartet ihr? Bekomme ich dann meine 1 hier raus, beziehungsweise meine 2 hier raus, weil wir die 1 rausgeschmissen haben? Oder bekomme ich einen Fehler? Und das erfahrt ihr jetzt. Ihr bekommt tatsächlich einen Fehler. Wir können nicht mehr von Null drauf zugreifen, weil der Index Null existiert nicht mehr in diesem Sinne. Wir müssen von 1 zugreifen, weil wir ja den Index mitgeslicet haben. Und das ist immer was, was man im Kopf behalten muss. Also wir müssen quasi über die Indizes immer indexieren. Es gibt quasi kein von Null mehr. Das ist der große Unterschied hierbei. Wir können aber auch noch anders slicen. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal ganz kurz drin. Für euch später zum Nachvollziehen. Ähm, Achtung, nicht von, äh, nicht S3 von 1 bis 3 von Null. Das geht nämlich nicht. So, ähm, wir können aber auch noch was anderes machen. Und zwar, wir können diese ganzen komischen Sachen machen. Wie zum Beispiel, äh, S3. Aber nur die Elemente, die bitte, äh, kleiner sind als der Median zum Beispiel. S.Medien. Ähm, das ist der, der, ähm, wobei wir können doch einfach den Durchschnitt nehmen. Der, der normale Mean Value. So, und dann haben wir eben genau das. Wir haben hier die Werte, die, äh, kleiner sind als der Mean Value. Äh, das war maximal dumm von mir. Ich muss natürlich hier S3 schreiben. Ich hab gerade gedacht, warum haben wir jetzt hier alle Werte? Das kann niemals der Durchschnittswert sein. Aber hier ist der Durchschnittswert natürlich deutlich höher als 1. Und dementsprechend bekommen wir hier alle Werte. Also ich kann natürlich auch hergehen und sagen, hey, ich hätte gerne alle, äh, Werte, die kleinesten als der Durchschnitt von dieser Series hier. Ähm, das geht auch. Macht aber in diesem Fall nicht viel Sinn. Dann hab ich nämlich alles. So, hier krieg ich jetzt natürlich 0, 3, 5, 6 und 8. Also ich kann quasi alles davon machen. Ich kann natürlich auch irgendwelche NumPy-Funktionen aufrufen, ähm, und dann irgendwas damit berechnen. Also irgendwie, äh, NumPy. ähm, Punkt Log von, ja, von S3 zum Beispiel. Ja, und das geht. Ähm, kann ich berechnen. Und dann bekomme ich halt hier das hier raus. Ähm, ist natürlich schwierig, weil ich häufig nicht die Werte hab, die dafür in Ordnung wären. Aber es geht. Ähm, liegt halt an dem Zufall hier. Okay, ähm, also ihr seht, das sind Series und Series lassen sich sehr, sehr flexibel einsetzen. Ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass eine Funktion vielleicht, die ihr aus NumPy kennt oder die ihr vielleicht, äh, durch, ähm, durch Dictionaries kennt, dass die mit Series funktioniert, probiert's am besten mal aus. Denn eigentlich funktionieren 99,9% aller Funktionen von Dictionaries oder eben, also Sachen, die ein Dictionary als, ähm, als Parameter brauchen oder eben auch eine, ähm, ein NumPy-Array als Parameter brauchen, funktionieren auch mit Series wunderbar. Und ja, ihr könnt's einfach mal durchprobieren, sollte in den allermeisten Fällen funktionieren. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Nächstes Mal geht's nochmal um die Data Frames ein bisschen mehr. Und ja, die sind im Endeffekt ja mehrere Series, deswegen muss man die auch ein bisschen behandeln zumindest. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.